Hey, hier nach der 2. Port von der Jamm von Ställe Frieda, dass ich das Video vertalte, das erste hat für jeden. So erfahrt nicht, das Video ist tot, wenn ich dann was für jeden habe. Aber das war auch nicht, wenn das erste ist, nur so lange geworden. Das hat mir auch sehr erfahrt noch gelegen. Immer mehr und immer mehr sind einer dort, wenn einer in der Zeit ist, wo immer ein Gottesdienst ist, Versommerung ist. Immer mehr wird früher anfangen, sich die Karte hoch aufzuschneiden. Eben, sich so hoch aufzuschneiden, als Männer. So eher sind die Messe gekauft, als wenn Männer ein bisschen länger hoch haben, noch nicht mehr lange hoch. Viele früher sind einer von der Jamm von Dach so. und viele Männer, die wollten ihre Hose lang wassen, als in der Früh ganz bei dem Triller hing, eher noch länger. Und, wenn die Wohlen Gottesdienst aus, in der Boatshof aus, Männer, die haben die Messe dann halt ab. in der Boatshof, in der Boatshof, in der Bibel, der lebt, ganz klar, im Mond, der soll sich nicht beteiligen, und der soll nicht lange hoch haben. Der Sonne, auf dem Gottesdienst. In immer, in immer war er so, ich dort. Ich sei nicht ein Mensch, wo du dir, die gut gehafte Menschen glücklich tun, von seinen Ohren reden. Aber, jetzt ist es auch mir, die Schanken, Videos zu merken, was ich dort verstehe. Und dann kann ich ganze Welt dort hören, und dann geht mir dazu, dann wird ich lieber die Titspan, und, äh, in mehreren Videos, dann kann die ganze Welt, wie immer die, wie immer die, wie immer du dich komm, kann ich dann auch nicht verstehen. Die Bibel lebt uns das ganz klar. Die Mohn soll nicht, wo du am Kopf haben, den Beden, Gottesdienst haben. Dort sah ich in Lebenswasser, Luther, dort war immer mehr, in immer mehr. Und dort sah ich in andere Kirchen, hau ich dort auf Helden gemerkt. Und da brauch ich bloß, in der Kirche sein, in der Kirche, wann da wo eine Versammlung ist, wo christliche Leute gesungen wurden. Dort, dort sah ich dir den, der Mohn soll nicht, wo du am Kopf haben. Ja, ich bin vor, wenn ich Beden sein wollte, eigentlich, das örtlich muss, in der März, dein Haut abzuhauen, weil ich hab dort wegen, meine Augen trübbeln, dort sah ich an der Sonne, und an der Tage. Und wenn du bieten, das Mai zum Morgen, bieten wo eine Versammlung ist, den Tiet, können wir uns gleich die Matze aufnehmen, wenn nur christliche Leute gesungen wurden, gebetet wurden, oder eine Butterfass. Und die Frühe, die soll nicht, sich so hoch aufschniehen aus dem Mohn. Ja, für alle glauben, dass ich früh mit einem Dirk am Haar habe, nein. Das sagt uns klar. Die früh ist die Hohe gegeben aus der Hauptbedarung. Ich will wissen. Keine frühes Rechnung, wenn du vernünftig mit einem Dirk am Haar oder du nicht ihn glauben, ob du ihn mit einem Dirk am Haar haben. Dann sage ich, soll ich, nein. Das ist keine Säule, ich hätte mit einem Dirk am Haar. Wenn du nicht eine Säule gekehrt hast, wenn der Mond nicht lange hoch hat, nicht wird er am Kopf haben. Aber dort wird die Bibel uns lehrt. Der Mond soll nicht lange hoch haben, der Mond soll nicht, wird er am Kopf haben, zum Beten. Denn dort kommt, dort steht mit einem Gottesdienst mit einem Bildschirm, allein mit einem, so dass ich die Bibel verstehen kann. Dort allein wird er uns nicht raten, aber danach. Die Bibel lehrt uns lange hoch haben, wenn wir für euer Leben, wie wahre Gebäude bekehrt sind. Dann werden wir dort mit uns leben bewiesen. Dort wird von Böden von uns zu sein sein. Und dort ist ein Ding davon. Und dort bewiesen wird, wie wir noch nicht wirklich für euer Leben haben, wenn wir auf der Bautschuf noch mit einem Metz abhören, wenn er einen Holt, in viele Sängergruppen, die mit einem großen Cowboy-Holt abhören, wiesen Cowboy-Holt, das ist ein Schmuck. Aber, wenn die Sänger sind, wenn er eine Bautschuf ist, dann brauchen wir dort nicht auf dem Kopf haben. Auch wenn wir nicht von dem Blas-Milk mehr haben. Aber wir haben uns zuhören, was wir dort nicht tun. was ist die Welt, die Welt, die da dort, und was ist die Welt von uns, wenn wir uns grüßen lassen, und wie dann dort sage ich den. Und viele Weltmenschen, die weiß nicht auch, was in der Bibel ist, und wann die dort. Dort sage ich den von uns ein, was sei wie vom Beispiel verehrt. Und das kostet uns nicht. Dort sind keine Kosten, was wir damit haben. Wenn wir dort die Bibel stehen. Wenn die Bibel stehen, immer so, wenn ich weiß, wie wir weggehen können. Weil ich war in einem WhatsApp-Sachen. Viele werden sagen, ja, aber ich bin vorhin beten, dass ich in meinen Gedanken da. Das geht uns von anderen. Ich bin vorhin, weil ich kann da noch nicht beten. Wenn ich dort stehen habe, dann habe ich mich da nicht irgendwo geknippen. Aber dort, wie kann dann, wie ich noch beten. In den März, da habe ich sowieso bloß ab, wie ich dort dachte. Dort ist das einzige Ding, für was ich in den März leuchtet. In der März, das ist ein Heimat, mehr und wahrer Angst. Durch den Eugen der Welt des Wesen. Die Reste, der nicht sonst dort. Vielen Dank, schön. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.